Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kann ich mal nicht klatschen, ja, das werdet ihr gleich sehen, warum. Ja, wir werden heute einen super, super krassen Prank drehen an meinen ganz, ganz großen Bruder, also nicht Yunis, sondern heute Mohamed. Ja, ich weiß nicht, wie er reagieren wird, aber sehr überreagiert. Und ja, los geht's. Ja, also, nein, hier haben wir jetzt. Also es wird jetzt erst mal so mit so einem Puder drüber, keine Ahnung. Hier, Stylist. Stylist Sarah Amiri. Nein, kein Spaß mehr. Designerin aus ganz Deutschland. Alter, das hier. Du bist ein Designist, bist ein Schist. Und wer macht dich auch mit Sabine heute? Meine Cousine. Wo ist die denn? Da. Komm her. Hallo. Da ist die Übeltäterin. Ja, sie ist, sie ist die, die mich mit dem Messer dann so... Nein, also, das wird alles drin geschossen. Guck dir, wie schön das machst du da. Wow. Guck dir das mal an. Original. Original. Ich verschmiere das noch ein bisschen, so, ja. Leute, heute ist was anderes dran. So, Leute. Jetzt werden wir das ganze Blut und alles drauf schmieren. Keine Ahnung, was mein Vater da alles gekauft hat. Ja, der hat einfach so eine fette Dose gekauft. Dann hat er noch Lebensmittelfarbe und auch noch so eine ganze Blutdinger. Und ja, ich würde sagen, jetzt kommt hier Blut geschmiert. So, Leute, wir sind jetzt fertig mit dem ganzen Rumgeschmieren. Ey, ja, meine Mutter, die Designerin Sarah Amiri, hat hier meinen ganzen Arm versaut, ey. Nein, Spaß. Also, nein, wir haben jetzt hier alles erstmal. Da ist meine Cousine, die ist so eine chillte Gurke, ne? Zeig mir. Gib mal ein Biss. Biss. Ja, und jetzt? Gib mal ein Biss. Nein, Spaß. Ähm, ja, wir werden jetzt meinen Bruder Mohamed franken. Mal schauen, wie er reagieren wird. Und ja, peace out. So, Leute, wir werden jetzt, ich und mein Bruder werden jetzt gleich Stella und Mohamed anrufen. Ja, ich würde sagen, los geht's. Einfach nur fragen, wo die sind und so, ne? Ja, ruf an, ruf an. Ja, okay. Also. Die Koppel, die müssen gleich kommen, oder? Hallo? Wo seid ihr? Wir sind in einer Minute da, wieso? Ach so, nein, nur so, alles gut. Sehen wir so? Nein, nein, witz. Fragst du nie? Na ja, ich weiß, nee, alles gut. Äh, bis gleich, ne? Okay, bis gleich. Bis gleich. Tschau. Tschau, tschau. Hey, mach dich auf den Weg. Wau, wir sind in einer Minute da. Kommt her. Ja. Warte mal. Ich muss jetzt weiterzaukeln. Okay, komm, ich zock mal. Verlass mein Zimmer. Hey, du bist wie auch mit. Hör auf, es ist auffällig, wenn du hoch und runter gehst. Mach das doch so. Oh, warte, was denn jetzt mal? Die kommen, die kommen, die kommen. Die kommen, Sari, die kommen, die kommen. Sari, komm her, komm her. Wo ist das denn? Noelle, Noelle! Noelle, Noelle, Noelle! Noelle! Da bin ich, da sind da, da sind die Aufnahmen. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Na, ich bin. Na, ich bin. Hallo, Salam hat er. Hallo. 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 Was geht das? Lass mir das Messer weg! Das Spiel! Zerra, geh mal hoch! Was? Geh mal hoch und guck was ist da! Mach das Messer weg! Mach das Messer weg! Mach das Spiel! Mach das Spiel! Mach das Spiel! Ich bin ein Kaffner. Bitte, bitte, bitte! Du bist ein Kaffner. Es ist ein Kaffner. Es ist ein Kaffner. Es ist ein Kaffner. Komm her, weißt du nicht! Machst du nicht! Oh, Alter, ich will! Komm nicht nach! Komm nicht nach! Was ist passiert? Ja, das ist passiert! Das ist ein Messer! Malhelle! Ja, Amiri, meine Damen und Herren! Ich wollte zum Drang rein zur Feldscheide 40. Meine Schwester hat sich geschüttelt, dass das jemand rein. Feldscheide 40, Morgen mit Amiri! Morgen mit Amiri! Meine kleine Schwester, sie ist neun Jahre alt. Ja! Neun Jahre alt! Alter, ich bin fast nicht am liebsten. Legt sie jetzt hier auf den Boden! Okay! Entziehen! Hala! Schatz, warte, schlecht, aber 5 Minuten! Du musst anrufen! Du musst anrufen! Ja! Warum machst du das? Warum machst du das? Ich dachte, ich habe keine Waffe! Guck! 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 So Leute, das war's vom Video, wenn euch das viel gefallen hat, danke, 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 das ist die liebe Stella, eine Russie, das war's, das war's, Freunde, die hat direkt mitgespielt, sie war eine gute Schauspielerin, lieben Dank an die Stella, und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.